Die Elbenreiter Die Elbenreiter Die besten Reiter der Welt zu haben Und ich muss schon so sagen Ich habe gerade aufgenommen Allerdings Sollte ich dabei auch auf Aufnahme drücken Das wäre vielleicht eine Idee Eine ziemlich intelligente Idee sogar Aber aus Gründen Ich habe es wohl nicht gemacht Wahrscheinlich weil ich dachte so Hey Mensch ich bin ja auch immer ganz lustig Ich drücke heute mal nicht auf Aufnahme Aber ich drüber aber trotzdem mal drüber Ich habe jetzt einfach eine komplette Tonspur Wo nur meine Stimme drauf dran ist Und mehr auch nicht Ich habe allerdings die Chance genutzt Weil ich wollte meine Mein Mikro ein bisschen lauter stellen Was ist Ach ja genau das waren diese riesigen Türme da Ich erinnere mich Wunderbar so die Teile wunderbar Ich muss dazu sagen Ist ja auch gerade verloren Ja Ich wurde gerade komplett von Mordor überrannt Da hat sogar hier jetzt sogar dieses Elfen-Ship nichts gebracht Sie sind übrigens super platziert Also ich wusste natürlich Die kommen hier alle vorbei Und lassen sich von diesem Schiff angreifen Und guck mal unser Swan-Ship ist auch fertig Kann sich übrigens auch tarnen Sehr schön Ähnlich wie die Sea-Shadow Äh die Also das Taurosianische Schmuggler-Schiff Ähm Und kann mit so einer Geisterenergie angreifen Hier guck mal Guck mal Guck mal Zack und Zack und Zack Ich weiß nicht wie stark denn die Dinger sind Aber Ich stelle es einfach mal hier ab Und hoffe mal Dass da Das ist ein bisschen aufrangig So Die erste Einheit uns DeLorean Keep Ich weiß Es heißt Lorien Keep Aber wir haben letztes Folge gesagt Das heißt Ich sag dazu DeLorean Keep Was viel cooler klingt So Dann wollen wir mal Arvid Du bist fast tot Das wollen wir nicht Arvid hat Arvid kann Arvid kann coole Sachen machen Okay Schön 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 dass Schön zu wissen Das auch machen kann So Ähm Und Ja Wie gesagt Wundern überrannt Also ich wurde gerade überrannt Hier nicht Habt sie nicht gesehen Und Ähm Das wollen wir Natürlich tun Nichts vermeiden So So Wenn ihr Wenn ihr Goat Das ist schon mal ziemlich cool Ähm Legolas Fertig Oder Ja Legolas Fertig Aber Legolas 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 So bist du Legolas Ne du bist Äh Halbier Alles ohne Helden Einheit Glaube ich So So dann kommst du einfach mal hier rüber Wo haben wir Legolas Wo haben wir Legolas Also unser Starplayer Legolas wo bist du Coole epische Musik Leute wir gerade Du musst hier irgendwo ins Bild treten Legolas hat irgendwie kein Bock mehr Schade So Ähm Ich wollte Ich wollte Irgendeinen Plan machen Mein Maul spinnt schon wieder Unpassender Zeit Zeitpunkt So Äh Genau Ich wollte folgendes machen Ich wollte hier Irgendwissin Bissin dem Wohl Wir haben Elben Wir haben Elben Die können alles verteidigen So Äh Von daher können wir Die ganze Armee Jetzt nach oben Nach Norden verschicken Machen wir jetzt folgendes Wir 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 reißen erstmal Alles ab Töten den Mordertroll erstmal Und Wir haben hier ziemlich Starke Einheiten Ja das muss ich sagen Also Ich sag es mal so Im Late Game scheint Der Mordor Das habe ich gerade erfahren Im Late Game ist Mordor Unfassbar gut So jetzt aber Einmal hier Diesen Siege Tower Wie wäre das ausgesprochen Mein Englisch ist Grotte Ich weiß Aber Ich kann Ich kann auch Englisch So Das wissen wir doch alle High Elf Äh Peakman Pikeman Hm Der fetzte alle weg Hm Oder auch nicht Guck mal Alle bitte an Bord hier Ich möchte nicht Dass ihr sterbt Dann fahrt mal bitte wieder weg So Ähm Und ihr Jetzt zieht nach Norden Ganz schnell Und du folgst denen Du kennst denen hinterher Sehr schön Äh Die brauchen Unbedingt mehr Äh Mehr Schütze brauchen die unbedingt Die brauchen Ich habe gerade gelernt Die brauchen Viel viel mehr Äh Nahkämpfer eigentlich Aber hier sind Nur Fernkämpfer Warum kamen die Elben Die sind schlecht Äh Ich meine Äh Die Elben sind ja die Ultimativen Äh Krieger von Äh Von Mittelerde So Ich wollte nämlich Eigentlich ganz gerne Im Norden Eine Zweite Basis Einöffnen Einen zweiten Stückpunkt Damit ich Quasi nochmal eine Ja Dann dann Damit ich quasi wieder einmal soo und zu So ne Damit ich im Welt viel besser kämpfen kann So Äh Ich gucke Übrigens immer wieder Bisschen so auf Äh Auf meiner Aufwander Mit Totspur Ich hoffe ich würde Steuer nicht Zu sehr Aber wir hören Den brauche ich mal Später rein Ne Das klingt doch No Plan So Wir haben hier unseren Erfen Erfen Pessens Dabei Bist du das Ja du bist das W-w-w-w-was Wunderbar Du hast Ne Erste Beförderung Bekommen Jetzt wissen wir auch Schon mal Diese Erfen Pessens 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 Die Können auch Zurückschlagen Wenn es ernst wird Äh 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 Macht immer bitte Alle weg Äh Und Und jetzt Außer Jetzt versagt Auch mein Mein Versagen Meine Kopfhörer Ich höre Ich höre mich auch nur Auf einen Oh jetzt ist nur noch was Ach gut Jetzt schaltet Ich schalte es jetzt Heute auch wieder zu Ähm Ja Offenbar Hat Mordor Gerade die selbe Idee wie ihr Äh Maus Hör auf zu spinnen Nein 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 Ausreden Jetzt Danke Maus hat sich wieder gefangen Äh Das ist uncool Mitten im Kampf Wenn die Maus Einmal sagt Nö Jetzt habe ich keinen Bock mehr Okay Mordor hat sich hier schon Breit gemacht Also Hier ist wohl nichts Mit zweitens Wir zum Punkt Aufmachen Guck dir diese Armee Von Mordor an Das ist Also Wenn ihr Elben seid Spielt niemals Gegen Mordor Das ist Äh Scheint nur Der Untergang Zu sein Ja Mordor Hat uns gerade Bisschen kaputt gemacht So Unsere Super Armee So Okay Arben lebt noch Dieser Gruff Typ Lebt eben noch nicht Dann Ein paar Elfen Rider Die waren doch ganz cool So Ähm Wie gesagt Ich will jetzt erst ein bisschen Auf Nahkampf gehen Weil Das ist was die Elfen Äh Die Elben nicht haben Die haben keine vernünftige Äh Nahkampfverteidigung Die Elben Fernkämpfer Die halten Weh Nicht so viel aus Ach guck mal Die wurden aufs Sänt ja Als könnte ich übrigens tarnen So Stell dir mal hierhin Aber einen Höhenvorteil Wenigstens Und Och Kopfhörer Ich brauche unbedingt neue Kopfhörer Aber ich habe kein Geld dazu Ich verdiene doch gar kein Geld Mendo So Äh Elfen Rider Hier Komm mal nach vorne Arben Wollen wir Arben Die hat doch Die Ich habe doch gerade erst gesehen Die hat hier diese coolen Special Moves Arben Arben Hier Komm Kannst du ein bisschen Erfenmagic Gleich auf die Auf die Feinde zaubern Oh mein Gott Ich weiß nicht Wie Mordor so schnell So stark werden konnte Kann aber auch daran liegen Dass er so lange rumgedammelt haben Und ich einfach nicht Darauf geachtet habe Hier Irgendwas zu machen Also Ich habe ja hauptsächlich Nur die Die ganzen Unsere gesamten Truppen hier gezeigt Mehr war das nicht Gil-Galat Hier Gil-Galat Ich weiß immer nicht Woher ich den Namen kenne Hier Arben Magic Jawoll Arben Arben Du bist unsere neue Star-Playerin Gut Also Elben sind wohl In der Verteidigung Ganz gut Aber Eigentlich nicht Wir wären gerade Total überrannt Und Arben Arben ist tot Nein Okay 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 Freunde Äh Achja Du Jetzt Muss ich Muss gerade überlegen Wieso Wieso Was Was machen Weil Wir haben Eigentlich schon Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Übrigens sagen Dass wir schon Verloren haben Aber Laut dem Was ich gerade Gesehen habe Also in der Nicht vorhandenen Aufnahme Ich habe doch gerade Ein Elfenpercent Gebaut Wo ist der denn Habe ich den Versehlich Weggeschickt Wenn ja Dann bin ich Ein ziemlicher Idiot Und wir gucken Gleich nochmal Ob Legolas Irgendwo Doch noch Lebt Mit Legolas Kann man nämlich Einfach komplett Durchfetzen Sollte man Eigentlich So Okay Hier haben wir Den Dann Brauchst du Jetzt einmal Ganz schnell Ganz ganz flott Nochmal Merkotorn Nicht Allianz fort Ja Das ging gut Allianzen fort Wir sind bei der Allianz versichert Ich bin schon ein bisschen Witz gemacht So Okay Okay So Auf die Map Gucken Guck euch Sichtradius an Wir haben Fast nur Fernkämpfer Wir haben so einen riesigen Sichtradius Und die Orks Machen uns trotzdem Alle platt Das ist irgendwie uncool Der Moment Ich hab doch gerade hier noch gesehen Die Erfenspassend Hier 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 Bleib sehen Bleib sehen Komm her Komm her So Eigentlich wollte ich ganz gerne vom Dass ich noch ein bisschen halt hier Nicht ausbreiten kann Dass ich halt wie gesagt Nur mehr Stützpunkte habe Das ist nämlich viel angenehmer Das ist dann Dass wir das ein bisschen so haben Wie in Moria Das wäre ziemlich cool Weil Boah die Maus ey Warum spinnst du denn schon wieder Brauchen neue Kopfhörer Brauchen neue Maus Aber ich hab ja kein Geld dafür Mensch Das ist ja Das ist ja super Ja ja Das Geld Geldafte Probleme Das kennen wir wahrscheinlich alle Oder die meisten zumindest So Gut Erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt Aber Ich hab mich grad echt über so Wie sollen wir die ganzen Orks platt machen Hier sind sie Hier sind sie wahrscheinlich Hier haben sie einen Hauptschutzpunkt Höchst wahrscheinlich Hier sind sie So Aliens 4 ist fertig Äh High of Pigmen Wie gesagt Wir brauchen viele Viele Nahkämpfer Die Elben haben einfach keine Tanks Das ist das Problem Hochelfen Bogenschütze Nein Halsstopp brauchen wir gar nicht High of Marios Hm Hm So Nein 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 Maus spinnt schon wieder Ich weiß Äh So Äh Hier war Was sind das für Nath Archer Könnt ihr Ihr habt keine besondere Fähigkeit Aber seid Ihr solltet aber ziemlich Knorke sein Ich hoffe es doch mal Oh mein Gott Meine gesamte Technik stimmt hier grad weg Kopfhörer stirbt Äh sterben schon wieder Und die Maus macht auch nicht gleich so lange mit So So Ja Ja Evryner Netzel sie alle weg Hahaha Hahaha Warum das ist immer meine böse Lache Aber das wäre dann meine gute Lache Hahaha Und das war meine nervige Lache Haha Hahaha Hahaha Mensch Da haben wir aber gewonnen Oder so War das irgendwie meine gute Lache Mensch kann deine böse Lache viel besser machen So Aber ich muss sagen Ich schlage mich jetzt viel viel besser Als In der eben grad verpatzten Aufnahme Mhm So Ich glaube wir haben jetzt auch ziemlich alle Elbeneinheiten gesehen Aber fast alle Ich möchte noch ganz gerne meine Helden hier sehen Aber irgendwie Haben sie sich unter das Volk gemischt Schade Also Arvin Die kann irgendwie so coole Special Fähigkeiten Tricks machen So Äh Nicht bereit Nicht bereit Nicht bereit Nicht bereit Also wenn ihr hier irgendwo Legolas seht Dann äh Schreibt man ganz schnell Stopp und so Legolas Wo haben wir Legolas Wo haben wir Legolas Wo ist der Typ für ihn einmal braucht Einmal braucht Okay Braust eigentlich keine Zeit Aber trotzdem Wo haben wir ihn Hier Legolas Da haben wir den Haha Ja Mensch Äh Du hast gar keine coolen Fähigkeiten Du bist useless Komm Geh nach Hause Geh nach Hause Du hast keine coolen Fähigkeiten Okay Okay Jetzt gucken wir mal an Wie Legolas schießt Wah Oh Das sah grad wirklich so aus Legolas Jetzt Diesen Mordor Ork Mit einem Schuss erledigt Legolas Legolas Ne Legolas Ne Le Ne Legolas Troll aber nicht erlegt Ich möchte ganz gerne hier oben noch ein paar Bogenschütze stehen haben. So, warte mal, warte mal. Ich muss ein bisschen besser verteilen. Einmal hier hin welche und ich hätte ganz gerne einmal hier drüben auch noch ein paar. Ich möchte keinen Reiter da auch haben. Das ist ein bisschen useless. So, hier, Galadriel. Ich baue hier mal schnell einen Arnostone hin. Wir brauchen nicht nur Legelasse brauchen, hier Frodo, Samwise brauchen, äh, Gingli brauchen wir auch. Und, äh, Gandalf, Gandalf, vor allem. Mary und Pipin und, äh, Wir brauchen hier die, äh, äh, die Gefährten. Was hat das für ein fettes Schwert da einfach, ne? Mensch, 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 aber die Orks haben auch ganz gute, äh, Borgenschütze. Oh, ich guck grad auf die Uhr in Seerad, ich hab hier ein bisschen überzogen. Ja, Freunde, ähm, Das sieht schon mal viel, sehr viel besser aus, als ich eben grad hier für den Kugelurus veranstaltet hab, aber auch nicht viel besser. Darum würde ich sagen, ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Folge, dass wir noch irgendwie alles schaffen. Wir sind grad ein Heft runtergefallen vom Tisch. Wow. Ähm, darum, äh, ja, ich schicke jetzt schnell mal hier die Reiter nach vorne. Und dann noch eben, dann noch so ganz gut. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass wir für diese Folge Spaß hatten. Ich auf jeden Fall. Und darum würde ich sagen, so heute, das ist nochmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Schau, euer Martin. Tschüss, ich glaube, ich bin jetzt. Bis dahin.